Und Null müsste es sein. Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der Playstation 3. Und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Und ich sage es euch, es werden wieder Let's Plays kommen. Ich habe wieder Lust auf Let's Plays. Ja, Let's Play, lasst uns spielen. Aber ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein Computer-Virus auf meinem Laptop, was es verhindert, dass ich Zugriff auf Google habe. Und zwar heißt der Virus Easter Surf. War auf so einer... Ja, ich sage es mal, ich will euch jetzt... Ich sage es mal, ich war auf einer Sexseite. Ist eigentlich nichts Übliches. Muss auch keiner sagen von euch, dass das jetzt irgendwie pervers wäre, auf einer Sexseite gewesen zu sein. Ich glaube, jeder Mann. Und auch viele Frauen gucken sich das an. Die Frauen sind ja eher so, dass sie sagen, ich gucke mir doch keine Ponos an. Aber Frauen sind so, wenn die sagen, es ist etwas scheiße, dann ist etwas gut. Aber na ja, ich sage euch, wie es ist, ich war auf so einer Seite gut. Bin ein Mann, okay. War ich drauf? Na und? Habe jetzt auf jeden Fall so ein scheiß Virus drauf, was es verhindert, Zugriff auf Google. Kann es nicht deinstallieren, das Virus. So ein scheiß typisch Virus. Und ich habe das jetzt zum Computerfachmann gebracht. Und ich hoffe, er bekommt das hin. Wenn das klappt, gibt es nächsten Mittwoch Let's Plays. Und zwar, jetzt kommt es. Ihr braucht eine PS3, um etwas zu machen. Weil jeder von euch, der jetzt eine PS3 hat, der sollte jetzt mal genau aufpassen. Weil jetzt könnt ihr auf YouTube kommen. Also eure Chance, wenn ihr Lust habt. Und zwar, ich möchte ja am Mittwoch ein Video machen. Und zwar, was für Nachrichten bekommt ein YouTuber. Und dort könnt ihr Leute grüßen. Jetzt guckt mal unten in die Videobeschreibung, da steht dieser komische Name YouTube Gamescom. Das ist mein Account für die PS3. Und den könnt ihr voll spammen. Mit irgendetwas. Zum Beispiel, ich grüße den Lukas. Oder ich grüße den Tom. Oder ich grüße den Marco. Oder ich grüße meinen Fußballclub. Dann mach das. Schreibt dem YouTube Gamescom eine Nachricht. Auf der PlayStation 3. Und dann werde ich das am Mittwoch Let's Playen. Ich gehe in meinen Posteingang. Moin, ich bin der YouTube Gamescom. Und jetzt gucken wir uns meinen Posteingang an. Empfangen und gucken uns diese ganzen Nachrichten an, die ihr mir geschrieben habt. Schreibt jetzt schon vor. Es ist zwar noch eine Woche hin, bis ich das mache. Aber schreibt jetzt YouTube Gamescom voll. Dann erwähne ich euch auf YouTube. Ich will einfach mal gucken, was da so kommt. Könnt auch mal gerne einen Witz schreiben oder irgendwas. Macht einfach mal. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Und dann wird es auch noch ein Let's Play geben. GDA5 wahrscheinlich. Haut rein. Ciao. Euer Christian.